Okay. Hallo, hier sind Muho und Didier. Hallo, grüßt euch. Aus Aschia. Und wenn ich mich recht erinnere, da saßen wir vor ein paar Wochen in einem Café nach dem Essen beim Koreaner. Und ich hatte dir eine Frage eines Zuschauers vorgelesen, der litt unter anderem unter, wie sagt man, Herzflimmern? Flattern? Wie ist das der Wort? Ja, oder Vorhofflimmer, kann das sein? Vor, also irgendeine Herzproblematik war es auf jeden Fall. Genau. Ja, und dazu ist mir ein bisschen was eingefallen, beziehungsweise jetzt nicht konkret zu dem spezifischen Herzthema. Und außerdem möchte ich auch gleich als Disclaimer oder so dazu sagen, dass man natürlich bei Herzproblemen unbedingt einen Arzt besuchen soll. Aber so generell, mein Vater hat auch gerade sehr mit dem Herz zu tun. Mein Bruder auch leider, also mit Bluthochdruck und Arterien, Verstopfung und Venen und so weiter, geschwollene Beine. Und das hat ja alles mehr oder weniger mit der Pumpleistung des Herzens zu tun. Also es gibt auch ein paar andere Gründe natürlich noch, aber jetzt will ich gar nicht so sehr ans Detail gehen. Mein Vater ist jedenfalls einer, der sehr gerne über die Ernährung an seiner Gesundheit arbeitet, auch immer sein ganzes Leben viel Sport gemacht hat und auch weiterhin sich viel bewegt, ansonsten aber eben, ja, dann sich gleich Bücher über Ernährung gekauft hat oder bekommen hat und es dann auch sehr ernst nimmt und seine Ernährung danach anpasst. Zum Beispiel dann eben auch auf Salz verzichtet, was ja auch nachgewiesen ist, dass Salzverzicht oder Reduzierung auch nachweislich den Blutdruck reduziert. Und das merkt man also bei meinem Bruder genauso wie bei meinem Vater. Genau. Und mich interessiert immer so diese psychosozialen Aspekte von Gesundheit, die ja auch wissenschaftlich erforscht werden und eine große Rolle spielen, wie gut unser Immunsystem funktioniert, wie, ja, wie auch allgemein unser, unser körperlicher Zustand ist. Und dazu ist mir im Nachhinein dann eingefallen, dass ich mal ein Interview gesehen hatte von alternativen Ärzten und sozusagen schulmedizinischen Ärzten und die, bei der Schulmedizin war auch eine Intensivärztin da, die hat dann aber erstaunlicherweise dem quasi alternativen Arzt, also das waren eigentlich schon auch Ärzte, aber die dann halt einfach der alternativen Methoden mehr zu helfen versuchen. Jedenfalls hat sie dem alternativen Arzt dann auch irgendwo recht gegeben, dass sie eigentlich auch auf Intensivstationen oft sieht, wie viele, jetzt wenn jemand nach einem Herzinfarkt oder so kommt, was da für psychosoziale Aspekte doch sehr groß im Vordergrund sind. Man könnte natürlich auch rein schulmedizinisch schauen. Ja, die Arterien waren halt schon vorverkalkt oder war schon im Voraus ein Herzfehler da und so weiter. Aber was dann das System zum Kippen gebracht hat, war dann vielleicht doch einfach dieser Gipfel an Belastungen aus Beziehungsproblemen, vielleicht ein intensiver, andauernder Streit oder Konflikt mit der Ehefrau, mit, weiß ich nicht, Tochter oder Sohn oder in der Arbeit andauernde Überbelastung, sodass man sich also wirklich sprichwörtlich sozusagen das Herz sich einfach erschöpft hat und dann in so einer Problematik dann mündet. Und sie meinte dann, also diese Intensivärztin, dass sie sich eigentlich wünschen würde, dass die Leute danach also nicht nur Schulmedizin machen würden, also natürlich dann die entsprechende Therapie nicht wegzulassen, aber auch sich einfach ihre Beziehungen anzuschauen und an diesen quasi Problemen zu arbeiten, weil das sieht man ja dann doch sehr intensiv, wie es da ausschaut, also ja, wie die Leute zu Besuch kommen oder in welche, das sieht man ja an dem Monitor genau, ob der Blutdruck dann steigt oder nicht, wenn die Ehefrau ans Bett kommt oder der Ehemann, ja, so. Ja, also, aber um danach, im Nachhinein sozusagen an solchen Dingen arbeiten zu können, muss einem das zum einen natürlich auch bewusst werden, dass das ein Punkt, ein wichtiger Punkt auch ist und zum anderen ist ja der Startpunkt, ist ja eigentlich die Beziehung zu sich selber und da muss man sich ja dann eigentlich wieder erst hinsetzen und schauen, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um, wer bin ich eigentlich wirklich, also diesen Deckel wieder aufheben und dann schauen, wie kann ich die Beziehung zu meinen Mitmenschen anders oder gesünder gestalten und das ist schon etwas, was mir sehr stark einleuchtet, was man ja auch teilweise selber so ein bisschen erfahren kann, dass wenn gerade irgendwie, ja, da irgendwas am Dampfen ist, dann ist das belassen, man hat nicht so viel Energie für andere Dinge, bis man gewisse Dinge geklärt hat, so. Und auch umso älter ich werde, desto mehr merke ich, wie wichtig das eigentlich ist, also wie man lebt und, ja, wo ich jetzt gerade auch selbstständig bin hier in Japan und merke ich auch so, ja, es gibt so eine gewisse Grenze, wo ich dann eigentlich nicht noch mehr darüber hinaus will, weil ich doch im Großen und Ganzen, ja, mehr oder weniger gesundes Leben führen möchte, aber als Selbstständiger ist man schon sehr verführt, sozusagen, einfach quasi immer zu arbeiten und immer verfügbar zu sein und so, aber da, ja, da merke ich auch, dass ich da ein bisschen aufpassen muss, weil, ja, wir haben Körper aus Fleisch und Blut und auf das müssen wir auch achten, also das ist auch etwas, wenn man sich hinsetzt, glaube ich, ist sozusagen auch einfach eine Realität, also so sehr wir, so kraftvoll der Geist dann auch ist, ja, ist der Körper auch eine Realität, die einfach da ist und, ja, das ist mir so eben noch zu dem Thema Herz eingefallen, ist ein Aspekt, den man betrachten könnte, der jetzt natürlich nicht spezifisch auf eine spezifische Problematik des Herzens jetzt eingeht, aber vielleicht im bisschen übertragenen Sinne, im Großen und Ganzen vielleicht hilfreich sein kann, ja, also nicht als Ersatz für etwas, aber als zusätzliche Möglichkeit, ja, genau, und, ja, dieses eben mit sich selber, sich selber, sich selbst gegenüber öffnen und dann anderen Menschen, eben an der Beziehung zu anderen Menschen zu arbeiten, das ist natürlich eine, das ist keine einfache Aufgabe, das ist eigentlich tägliche Arbeit. Ich hatte mal einen über 70-jährigen Patienten, der schon seit 50 Jahren verheiratet war oder ist und dann meinte ich, fragte ich ihn so, ja, das ist wahrscheinlich recht harmonisch bei Ihnen jetzt, ich meine, nach 50 Jahren wird man ja sich nicht mehr wegen Kleinigkeiten in die Hand kriegen, meinte er so, nee, es bleibt spannend bis zum Schluss. Dann war ich dann irgendwie so, ach, okay, na gut, dann ist es wohl so, ja. Ja, genau, also es ist Arbeit und, ja, ich sehe das auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das in einem anderen Video schon mal angesprochen habe, so, diese mentale Arbeit und die körperliche Arbeit und körperlich müssen wir uns ja quasi immer gegen Schwerkraft hin aufrichten. Das kann im zunehmenden Alter auch immer anstrengender werden, aber entweder tun wir das und arbeiten sozusagen dagegen, damit wir mehr oder weniger gerade Haltung beibehalten können oder wir halten nicht dagegen und dann, naja, verschlechtert sich eben die Haltung im Laufe der Zeit. Und so ähnlich ist es aber auch mit unserer Psyche sozusagen. Wir können, also um uns immer wieder aufzurichten oder zu erden, brauchen wir eigentlich eine gewisse Praxis. Wenn die nicht da ist, dann kann es sein, dass diese ganzen Probleme und die, unsere Umwelt, unsere Gesellschaft uns eigentlich immer mehr herunterzieht. Also das heißt sozusagen nicht die Schwerkraft, sondern eigentlich die menschengemachten Problematiken oder die wir uns selber einreden sozusagen. Wir müssen uns quasi auch psychisch immer wieder selbst gegen die psychische Schwerkraft, die uns eher automatisch nach unten ziehen würde, aufrichten. Und ja, denke ich, brauchen dazu irgendeine Art von Praxis. Und du hattest die Natur angesprochen, also das ist eine wunderbare Möglichkeit, sich einfach frei zu machen von diesem, für einen Moment, für ein paar Stunden vielleicht oder einen Tag oder eine Woche sogar, von gesellschaftlichen Zwängen oder den üblichen Gedankenketten, denen man so nachhängt. Weil, ja, es ist mir auch eingefallen, in der Natur begegnen wir eigentlich den Lehrern unserer Lehrer. Weil, wenn wir Bücher lesen oder auch ein Lehrer uns etwas, also ein Buch ist das eine, ein Lehrer aus Fleisch und Blut, der mir gegenüber sitzt, ist schon mal natürlich noch eine Stufe weiter individueller und so weiter. Aber der letzte Lehrer ist, denke ich, die Natur, von dem ja irgendwann einer angefangen hat zu lernen. So der allererste Lehrer oder auch, wenn man dann quasi, ja, keinen Lehrer mehr hat, weil man alles gelernt hat von dem Lehrer. Man hat eine Frage, man geht in die Natur, die Natur beantwortet einem die Frage oder klärt einem den Geist sozusagen, bringt einen wieder zurück zu sich selber, sodass man die Antwort spürt irgendwo. Ja, das finde ich so, das ist so, wenn man genug hat, Bücher zu lesen oder dann in die Natur zu gehen, ist dann wirklich so der, dem höchsten Lehrer zu begegnen sozusagen. Also für mich, mein Kung-Fu-Lehrer, der, ja, also aus der Therawada-Tradition stammt, der, der hat mal erwähnt, dass seine letzte Prüfung, aber ich weiß nicht, das ist schon, ja, also, oder wollte er uns damit prüfen, also irgendwie hat er mal erwähnt, dass eigentlich die letzte Prüfung ist, einen Monat im Dschungel zu überleben. Also, also ich, wenn ich das richtig erinnere, das kann aber auch falsch liegen, ich sage, aber ich erzähle es einfach mal so, wie ich mich erinnere, also einen Monat einfach im thailändischen Dschungel, muss man sich vorstellen, da gibt es natürlich auch wilde Tiger oder jedenfalls damals vielleicht noch, ja, so. Oh, ist schon wieder Zeit, naja. Ja, also, da geht die Mücken, hat man sich mit Erde eingeschmiert und man wusste natürlich auch, welche Früchte, also ich meine, da gibt es natürlich viele Früchte und so weiter zum Essen, aber es ist schon, kann ich mir vorstellen, eine große spirituelle Erfahrung, die man da mitnimmt. Leider habe ich das nicht gemacht, also, ich würde mich aber auch noch nicht bereit fühlen, aber deshalb habe ich die Bücher von Rüdiger Nehberg damals gelesen, diesen deutschen Survival-Specialist. Ah, das, der aus Hamburg oder so, der aus Eisbaden gemacht hat, im Sommer oder in den Amazonas. Der ist leider verstorben vor zwei, drei Jahren oder so, aber der war ja... War nicht von Tigern gefressen. Nein, nein, aber der war ja bis zuletzt aktiv, ja, also gesellschaftlich und so. Ah, so. Der war das, genau, weil du dachte ich vielleicht... Ich kannte den Namen nicht, aber den Typ kannte ich schon, im Stern oder so, habe ich den wahrscheinlich auch mal gesehen und fand den faszinierend, also auch so nackt oder so im Winter raus. Ja, Brasilien ist ja quasi nur mit so einem... Das habe ich eben auch gerne gemacht, also im kältesten Winter, als ich Abi gemacht habe, minus 20 Grad, bin ich immer mit dem T-Shirt raus und meine Freunde haben mich mit dem Nehberg dann immer verglichen. Also dann ist der doch bekannt hier. Ja, ja, also bloß den Namen hatte ich vergessen. Noch eins, oder wie hat es den aussieht schon? Gerne, gerne. Ein letztes noch, oder? Kennst du dich aus mit Wasserhaushalt und so, Bedeutung des Wassers für die Menschen? Ja, Wasser kann ich was dazu sagen im Körper. Also wir bestehen ja zu 70 Prozent aus Wasser und so weiter. Sonst hätte ich eine Frage dazu, meinerseits. Also, weil es für mich jetzt so in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt so ein bisschen topic geworden ist, davor war es gar nicht. Wenn du dich da ein bisschen auskennst, würde ich... Ja, mach mal. König, hör mich vorbei. thats schnahr, wo du dich auskennst, in derói sein. kanske ganz gut. Especially bei dir jetzt,